Ja, wir sind im 10. Zeithaus der Dokumenten. Während Dominik Nieslberg hat wieder am Anlaufstelle unser Parademergänster in der Stadt Nummer 485. Mit der zweite Hand. Schon viel hat er die rote Fahne. Ich glaube, es wird gleich bekennen das nächste Teil der Suche. Lieber Dritt. Ja, Dominik. Wir sind gerade beim Zielelauf. Nachrauer Gewinne. Wieder am Polizeier. Unter 48. 47.73 Sekunden.